Siehst du mich? Mensch, einer betreibt hier auch Wassersport. Ich bin 17 Jahre alt und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oder im Sekretariat Bescheid. Die Frage ist scheiße. Ich glaube, ich habe auch noch nie der Musikrichtung. Können wir nochmal machen? Schau mal, es gibt sogar 1092 Sternen. Nein, flüstern ist das hier. Okay. Hören Sie in Ihrer Freizeit Jazzmusik? Hörst du. Hören Sie in Ihrer... Ich habe schon wieder... Ich bin halt auch automatisch. Nicht dahin gucken, in die Kamera gucken. Thomas! Sag, er soll lächeln. Also, das gibt es ja auch nicht. Thomas, lächeln wir mal ein bisschen. Nee, er will nicht lächeln. Ah, mein Gott. Kamera läuft. Fragen wir mal... Fragen wir mal... Aber jetzt ist los. Buenos dias, amikas y amikos. Moment, stopp. Ich habe gegen das Mikro gehauen. Und haben uns... Achso, und wir. Wir haben uns die Frage gestellt. Sind Sie stolz auf Samira? Ohne Peter ist die Bonus-Namen. Ja. Das war sie. Also, ja, reißen. Das war sie. Ja, muss Kokshafen. Hm, also nicht so schlecht, oder? Musst du bei Samira vorsichtiger sein als bei den Jungs? Das auf jeden Fall. Also, es ist die column. Bis zum nächsten Mal. Wie geht das.